Warum stehen Katzen auf und strecken ihre Pfote nach dir aus und schauen dich mit ihren durchdringenden Augen an? Das ist eine lustige Angewohnheit deiner Katze, aber du fragst dich vielleicht, was sie zu bedeuten hat. Zum Glück sind wir hier, um dieses mysteriöse Katzenverhalten zu enträtseln, mit vier unglaublichen Gründen, warum deine Katze ihre Pfote nach dir ausstreckt. Nummer 1. Ich will dein Essen. Streckt deine Katze ihre Pfote nach dir aus, während du das Essen in der Hand hältst? Dann will deine schlaue Katze ein Bissen haben oder versucht, ein Stück von deinem Teller zu stehlen. Es spielt keine Rolle, was du in der Hand hältst und ob es etwas ist, das deine Katze fressen würde. Deine Katze muss sich vergewissern, dass sie nicht etwas Leckeres verpasst. Stell dir vor, dass die Pfote deiner Katze eine sanfte Erinnerung daran ist, dass du teilen musst. Nummer 2. Ich strecke mich nur. Katzen sind bemerkenswert flexible Wesen, die in den verdrehtesten Positionen schlafen können, ohne sich unwohl zu fühlen. Aber früher oder später müssen sich Katzen dehnen, um ihre Muskeln in Bewegung zu bringen. Manchmal kannst du vor oder nach einer guten Dehnung feststellen, dass deine Katze eine Pfote ausstreckt. Nummer 3. Ich brauche Aufmerksamkeit. Katzen haben zwar den Ruf, unnahbar und unabhängig zu sein, aber sie brauchen trotzdem Aufmerksamkeit und können unglücklich oder eifersüchtig sein, wenn du sie vernachlässigst. Wenn du deine Katze ignoriert hast, wirst du vielleicht feststellen, dass sie alle möglichen niedlichen Dinge tut, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Eine Katze leckt dir die Haare, andere greifen deine Beine an oder legen sich auf dich, um auszudrücken, dass sie einsam ist und Gesellschaft braucht. Andere gehen so weit, dass sie dir in die Finger beißen, aus dem Katzenklo pinkeln oder auf dem Kabel deines Computers herumkauen. Indem sie eine Pfote nach dir ausstreckt, versucht deine Katze vielleicht, deine Aufmerksamkeit zu erregen, ohne zu fordern zu sein. Und Nummer 4. Ich will etwas. Da Katzen unsere Sprache nicht sprechen, müssen sie sich etwas einfallen lassen, um uns dazu zu bringen, ihre Wünsche zu erfüllen. Mit der ausgestreckten Pfote versucht deine Katze vielleicht, deine Aufmerksamkeit zu erregen, bevor sie ihre Wünsche äußert. Deine Katze streckt zum Beispiel ihre Pfote nach dir aus und geht dann zur Tür. Das ist ein klares Zeichen, dass du aufstehen und die Tür öffnen sollst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.